Schau dich mal kurz hier um, ja? Schau dich mal kurz hier um. Wie wirkt das Ganze auf dich, wenn du das hier siehst? Das Ganze wirkt sehr hochwertig, weil hier sind auch Firmen, denen es richtig gut geht. Hier sind Anwälte, Softwareunternehmen, hier sind Unternehmensberatungen, Versicherungen sind hier in diesem Haus ansässig. Verschiedenste Firmen, die wirklich Wert auf das Thema Qualität legen. Also qualitative Aufträge, damit meine ich Aufträge, wo unterm Strich richtig Profit übrig bleibt. Okay, das bedeutet unterm Strich richtig Profit. Das ist mal das eine. Und das zweite, was die meisten vergessen, um diese Art von Aufträge zu bekommen, musst du hochpreisiger deine Angebote kalkulieren oder auch anbieten. Es geht am Ende des Tages darum, dass du in deinem Ort, in deinem Standort, in deiner Stadt, wo du bist, eine lokale Marke wirst.